Wir können in der Tagesordnung fortfahren. Zunächst wollen wir die etwas karge Tagesordnung noch etwas bereichern. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend verkaufsoffene Sonn- und Feiertage, Drucksache 19, 5444. Die Dringlichkeit wird bejaht. Das ist der Fall. Dann wird dieser Tagesordnungspunkt 76 und kann zusammen mit Tagesordnungspunkt 36 zu diesem Thema aufgerufen werden. Das scheint der Fall zu sein. Weiter eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Herausforderungen der Pflege gestalten, pflegebedürftige, pflegende Angehörige und Pflegekräfte unterstützen, Drucksache 19, 5445. Auch hier wird die Dringlichkeit bejaht. Dann wird dieser Tagesordnungspunkt 77 und zusammen mit Tagesordnungspunkt 59 zu diesem Thema aufgerufen. Damit kommen wir auch zu Tagesordnungspunkt 59, Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend mehr Personal für mehr Qualität in der Altenpflege, Drucksache 19, 5413, zusammen mit Tagesordnungspunkt 77, Drucksache 19, Dringlicher Entschließungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Herausforderungen der Pflege gestalten, Drucksache 19, 5445 zu 넘 hob interview ich. Vereinbarte Redezeit – zehn Minuten. Als Erstes spricht Kollegin Schott für die Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren und falls im Publikum auch Altenpflegekräfte sitzen, dieser Tagesordnungspunkt ist einer, an dem hier eigentlich jemand aus der Altenpflege stehen müsste und für sich selbst sprechen dürfen können müsste. Das geht nicht anders zu formulieren. Ich verstehe mich an der Stelle eigentlich nur als Sprachrohr, denn es ist wichtig, dass wir sehr deutlich machen, dass die Menschen dort draußen, die im Bereich Altenpflege arbeiten, jeden Tag und jede Nacht eine für unsere Gesellschaft unglaublich wichtige Arbeit machen und dass wir an dieser Stelle alle gemeinsam den Menschen aus der Altenpflege noch einmal ganz explizit unseren Dank für diese Arbeit aussprechen sollten. Das halte ich für eine ganz, ganz wüstige Geste. Mit der Geste allein ist es aber nicht getan. Denn die Menschen, die dort arbeiten, brauchen viel, viel mehr als nur unseren Dank, und die brauchen viel, viel mehr als nur unsere ideelle Unterstützung. Wir freuen uns natürlich, dass es immer mehr hochbetagte alte Menschen gibt. Das heißt nicht zwingend, dass auch alle in die Situation kommen, dass sie gepflegt werden müssen, aber doch immer mehr Menschen und auch über einen immer längeren Zeitraum. Das ist auch der Grund, dass VERDI für heute zu einem Aktionstag gemeinsam stark für mehr Personal in der Altenpflege aufgerufen hat, um sich für eine gute Qualität in der Altenpflege zu zeigen. Es ist tatsächlich so, dass wir hier einen immer größeren Bedarf haben. Es hat aber nicht dazu geführt, dass wir zu größeren gesellschaftlichen Anstrengungen gekommen sind, um diesen Bedarf an Pflegekräften tatsächlich zu generieren. Weder der Ministerpräsident noch der Sozialminister noch sonst jemand ist durch die Schulen gezogen und haben Jugendliche dazu aufgefordert, eine entsprechende Ausbildung zu machen. Das freut mich zu hören, dass es nicht stimmt. Das fände ich eine spannende Bereicherung, wenn Sie dazu etwas zur Debatte beitragen. Auch die anderen Kabinettsmitglieder sind eben nicht unbedingt in einer Position, dass sie sehr viel dazu beigetragen haben, dass sich die Situation verändert. Es gibt die Möglichkeit, hier sehr viel zu tun. Im Gegenteil ist zumindest bei mir der Eindruck entstanden, und nicht nur bei mir, dass der Sozialminister der Meinung ist, dass die Fachkräftesicherung primär Aufgabe der Arbeitgeber ist. Genau das steht auch wieder im Antrag der CDU. Ein Antrag, der übrigens hier zum Ende der Mittagspause auf dem Tisch liegt, ein Antrag, der zu unserem Antrag jetzt kommt, obwohl seit einer Woche bekannt ist, dass wir dieses Thema heute besprechen, obwohl noch sehr viel länger bekannt ist, dass das Thema gerade wieder gesellschaftlich sehr brisant ist und von Regierungsseiten gerade fünf Minuten vor der Debatte ein Papier auf den Tisch gelegt wird. Das finde ich bezeichnend. Aus Ihrer Sicht kommen Sie als Land Hessen lediglich mit der Finanzierung der Altenpflegeschulen ins Spiel. Dass die nicht großartig ist, das sagen wir hier auch schon seit Jahren. Die Schulen haben gerade jetzt große Bedenken, dass sie im Rahmen der Neuordnung der Pflegeberufe massiv ins Hintertreffen geraten. Herr Minister, wenn Sie in Ihrer Planung nicht sehr sorgfältig darauf achten, wird es bedeuten, dass wir Altenpflegeausbildung im ländlichen Raum verlieren. Hier ist eine große Aufgabe, die vor Ihnen liegt. Gehen Sie sie sorgfältig an und gerne mit uns gemeinsam. Ich würde gerne aus dem Tagebuch einer Altenpflegerin zitieren. Da steht Frühdienst. Außer mir sind es zwei Kolleginnen im Frühdienst für 28 Bewohnerinnen, davon eine examinierte Krankenschwester und eine Altenpflegehelferin, beide von einer Leihfirma. Beide sind stationsfremd. Das heißt, ich bin für sämtliche Wundversorgung, Insulingaben, Blutzuckerwerte messen, Tabellen stellen, Tropfen fertig machen und die Einnahme beobachten, was sonst noch anfällt, zuständig. Na, klasse, habe ich mir gedacht, wieder so ein Tag, der für mich menschenunwürdig verlaufen soll. Das heißt, dass alles im Galopp erledigt werden muss und dann auch bloß kein Fehler gemacht werden darf. Unsere Bewohnerinnen müssen wieder einmal nur vertröstet werden mit und sagen, ich komme gleich, einen Moment noch, ich muss gerade noch etwas anderes machen. Die zeitlichen Einstufungen für die Grundpflege, die unsere Bewohnerinnen und Bewohner haben, können nicht berücksichtigt werden. Die Zeit haben wir nicht. Man muss den beiden von der Zeitfirma Fragen beantworten. Weiter geht es. Eine demenzkranke Bewohnerin bekommt das Essen angerichtet, sie sitzt am Tisch und hat ihren Teller mit dem Frühstücksbrot vor sich stehen, rührt es aber nicht an. Trinken kann sie auch nicht alleine. Jedes Mal, wenn ich in den Speiseraum komme, um eine Bewohnerin zu bringen, versuche ich in aller Eile, die demenziell erkrankte Dame dazu zu bringen, einmal von ihrem Brot abzubeißen oder schnell ihr ein Schlückchen Kaffee einzuflößen, damit sie wenigstens ein wenig Nahrung in den Bauch bekommt. Ich muss noch ihre Tabletten einzeln mörsern, da fehlt die Zeit. Irgendwann, so habe ich einen Gedanken bekommen, wir Inliner gestellt, damit wir mit dem wenigen Personal noch schneller arbeiten können. Soweit die Kollegin. Das war nur ein kleiner Ausschnitt aus Ihrem Morgen. So geht die Schicht weiter, mal früh, mal spät, mal Nachtschicht, oft genug ohne vorgeschriebene Pausen. Auch die zitierte Altenpflegerin konnte keine machen und musste trotzdem die Dokumentation nach Schichtende erledigen. Da es an Personalmangel kommt, es oft vor, dass die Mitarbeiterinnen aus ihrer Freizeit in den Betrieb geholt werden. Andererseits sind viele in Teilzeit beschäftigt, weil die Arbeitgeber sie dann besser in den Schichtplan einbauen können. Bei dem Lohn kann man sich eigentlich keine Teilzeitarbeit leisten. So bleibt vielen nichts anderes übrig, als sich einen Nebenjob zu suchen. Mit den Aufgaben in der Familie, Zeit mit Freunden oder Aktivitäten im Verein oder Organisationen ist dieser Beruf kaum vereinbar. Hinzu kommt ein ständiges Miterleben von Leid und Tod, verbale Demütigungen oder physische Angriffe dementer Bewohnerinnen oder Bewohner sowie die Sorge um die eigene spätere Rente. Ein Wunder, dass es nicht mehr Widerstand bei den Beschäftigten gibt. Grund dafür ist häufig deren hohe Arbeitsmoral. Sie haben es mit dem letzten Lebensabschnitt von Menschen zu tun, für den sie sich verantwortlich fühlen. Sie arbeiten oft in kirchlichen Betrieben oder in profitorientierten Unternehmen ohne Betriebsrat und meist unter massivem Druck. So kommt es vor, dass sie sich an Ver.di wenden, um heimlich einen Betriebsrat zu gründen. Offensichtlich wäre es Ihnen zu riskant, das alleine zu machen. Das alleine ist schon ein Skandal für sich genommen. Wenn die Arbeit wenigstens gut bezahlt wäre, das ist aber auch nicht der Fall. 2013 hat in Hessen eine Altenpflegekraft 2.484 € im Monat verdient, wenn sie Vollzeit arbeitete. Das sind 15 % weniger als das Durchschnittsgehalt der hessischen Fachkräfte insgesamt. Seither dürfte sich an den Zahlen nicht viel geändert haben. Da muss der Beruf Berufung sein, wenn man ihn auswählt. Kein Wunder, dass der Nachwuchsmangel so hoch ist. Die Belastung zeigt sich an dem hohen Krankenstand. In der Altenpflege sind besonders lange krankheitsbedingte Fehlzeiten wegen Beschwerden an Muskelskelettapparat sowie physischer Erkrankungen zu beobachten. Lediglich 20 % der Beschäftigten können sich vorstellen, den Beruf bis zur Verrentung auszuüben. Überlegen Sie, was das bedeutet in einer Situation, wo wir ohnehin schon einen Mangel haben. Dagegen müssen wir etwas tun. Die, die es gerne länger aushalten würden, schaffen es aber oft körperlich nicht. In 35 % kommt es zu einer Frühberentung. Welche Aufgaben hat die Politik an der Stelle? Das Arbeitsfeld braucht mehr Aufmerksamkeit. Damit haben wir heute schon einmal angefangen. Aber das alleine reicht natürlich nicht. Der Beruf braucht eine umfassende Aufwertung. Neben der besseren Bezahlung – eine Maßnahme ist der Pflegemindestlohn – ist die Verbesserung der Arbeitsbedingungen unabdingbar. Mehr Personal ist der Schlüssel für mehr Nachwuchs. Ich weiß, dass sich diese Katze in den Schwanz beißt. Das ist klar. Aber es muss einen Betreuungsschlüssel geben, der so ist, dass die, die das Interesse am Beruf haben, auch das Vertrauen haben, dass sie in dem Beruf wirklich arbeiten können, dass sie damit alt werden können und dass sie nicht einen Beruf ergreifen, der sie selbst in die Krankheit und in die Altersarmut führt. Wir brauchen einen Personalschlüssel von einer Pflegekraft auf zwei Bewohnerinnen. Nachts müssen mindestens zwei Pflegekräfte im Wohnbereich anwesend sein. Auch die ambulante Pflege braucht Entlastung. Die Hessische Landesregierung ist an dieser Stelle aufgefordert, die Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes II nicht bis ins Jahr 2020 hinauszuschieben, sondern schnell bessere Vorgaben für die Entlastung des Personals zu machen. Die Wissenschaftler Gress und Stegmüller von der Hochschule Fulda haben 2016 in einem Gutachten Kriterien für ein tragfähiges Personalbemessungssystem in der stationären Altenpflege formuliert. Das heißt, was wir brauchen, ist alles schon einmal klar ausformuliert. Unter anderem müsse die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben überprüft gegebenenfalls sanktioniert werden. Zudem müssten sie bundesweit einheitlich sein und bei den Pflegesatzverhandlungen berücksichtigt werden. Zur kurzfristigen Entlastung soll aus dem Pflegevorsorgefonds ein Personalfonds werden, der bundesweit 38.000 Stellen pro Jahr finanzieren könnten, soweit die Fuldaer Wissenschaftler. Die Pflege braucht bessere finanzielle Ausstattung und weniger Markt. Ich will meine restliche Zeit dafür nutzen. Frau Schott, es gibt leider keine restliche Zeit. Die Redezeit ist abgelaufen. An dieser Stelle möchte ich am Ende deutlich sagen, und das ist dann mein letzter Satz, wir brauchen hier keinen Markt, der aus dem ohnehin engen Getriebe noch Geld herauszieht. Wir brauchen Qualität für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Damit haben wir sie auch für die Pflegenden und deren Angehörigen. – Herzlichen Dank. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Rock für die Fraktion der FDP. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich bin etwas überrascht über die Rede, Frau Schott, die Sie hier vorgetragen haben. Herr Minister, wir hatten vor einigen Monaten eine Fachkräftedebatte als Regierungserklärung. Da war jetzt nicht so viel Neues dabei, das habe ich ja kritisiert. Aber einiges hat der Minister dazu gesagt, was die Landesregierung, aber auch die Bundesregierung bei der Fachkräftegewinnung im Altenpflegebereich alles unternimmt. Also festzustellen, es gibt keine Initiativen, ob Bund oder Land. Vor allem die eigentlichen Träger der Einrichtungen sind überall unterwegs, um Fachkräfte für den Altenpflegebereich zu gewinnen. Da kann ich Ihnen unter keinen Umständen zustimmen, dass hier nicht etwas passieren würde. Da ist ununterbrochen die Diskussion geführt worden, was man alles tun kann. Da gibt es unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, wir haben sogar einen runden Tisch dazu gehabt. Da ist ununterbrochen Austausch zwischen Politik und Trägern und den Betroffenen in den Gewerkschaften. Wir haben die Schulen besser finanziert. Wenn man da sagt, da würde nichts passieren, dann hat man ein Stück weit die Wahrnehmung, die ich nicht nachvollziehen kann, Frau Schott, sondern da passiert schon sehr viel. In keinem Gesundheitsberuf ist der Zuwachs und Auszubildende so hoch wie bei den Pflegekräften. Das ist auch gut so, weil kein Bundesland so gut erfasst hat, wie der Bedarf bei den Altenpflegekräften wie Hessen durch ein Monitoring, das seit vielen Jahren läuft, und wo man genau gesehen hat, wie der Ergänzungsbedarf ist. Natürlich kennen wir aus den Zahlen heraus, dass er gigantisch ist. Wir wissen, dass wir ein großes Problem haben. Da kommen auch diese Anstrengungen her. Dass da nichts passiert, kann ich auf gar keinen Fall überhaupt stehen lassen. Das stimmt einfach faktisch nicht. Als Opposition kann man sich nicht einfach die Fakten verdrängen. Sondern da ist die Situation, wie sie ist. Wie ist die Gesamtsituation der Altenpflege? Wir haben uns da schon sehr intensiv zu anderen Punkten unterhalten. Wir haben jetzt durch die Bundesregierung eine Ausweitung der Leistungen. Eine Ausweitung der Leistungen erfordert mehr Personal. Wir haben jetzt durch die Veränderung der Ausbildungsordnung eine hervorragende bzw. eine besondere Situation im Ausbildungsbereich, die auch dazu führen wird, dass es zumindest in zeitweiser Situation weniger Pflegekräfte auf dem Markt geben wird, weil es eine Umstellung der Ausbildung gibt. Das ist auch eine Frage, die man sich stellen kann. Ist es klug, in so einer Drucksituation grundsätzlich die Ausbildung umzustellen? Man hat tatsächlich überlegt, was das für den Zugang von Altenpflegekräften auf dem Markt bedeutet. Das ist auch eine Frage, die man sich hätte stellen können. Ich habe da eine sehr differenzierte Sicht auf diese Entscheidung. Ist es tatsächlich so, dass man verschiedene Berufsbilder einfach so zusammenschieben kann, ohne eine signifikante Ausweitung der Ausbildungszeit? Kann man die Qualität der Ausbildung dadurch überhaupt halten? Das sind alles Fragen, die sich erst in einigen Jahren zeigen werden. Es wird dazu führen, dass es auch zu einem geringeren Zugang von Pflegekräften zum Markt kommt. Jetzt will ich einmal weg vom System. Die LINKE redet immer gerne über das System und wie das System organisiert ist. Ich möchte einmal zu den Familien kommen. Sie haben hier im Antrag auch das Thema Ambulanz. Der Großteil der Pflegeleistungen in unserem Land, das finde ich auch gut, wird von den Familien erbracht. Der Großteil der Pflegeleistungen zum ganz überwiegenden Teil wird durch die Familien in unserem Land erbracht. Trotz hoher Berufstätigkeit in den Familien, trotz hoher Anforderungen an alle möglichen Lebensbereiche ist das eine besondere Leistung in unserem Land. Die wird erbracht, nicht 100 % von den Familien, sondern die bekommen Unterstützungsleistungen, sonst könnten die das nicht stemmen. Da sind ambulante Dienste dabei. Je mehr wir als Gesetzgeber und als Staat reglementierend eingreifen, umso schwieriger wird es für die Familien, für sie passende Lösungen auf den Weg zu bringen. Umso schwieriger wird diese Situation. Jeder hier im Raum hat wahrscheinlich Verwandtschaft, Familie, die genau in dieser Situation sind, dass man versucht, Lösungen auf den Weg zu bringen, dass die Mutter oder Großmutter noch im Familienverbund zu Hause bleiben kann. Denn die Leute wollen nicht in die Einrichtung. Dazu brauchen wir auch Personal. Wenn wir für all das Personal brauchen und dann verbindliche hohe Personalschlüssel festlegen, obwohl wir wissen, das Personal steht nicht zur Verfügung, was bedeutet das am Ende? Was bedeutet das am Ende? Das ist total so eine Ideologie, ich ignoriere die Fakten, ich ignoriere die Zahlen, setze Regeln fest und glaube, dass ich mit dem Gesetz die Realität verändern kann. Das geht nicht. Sie müssen versuchen, und das macht die Landesregierung hier auch, aber vielleicht könnten wir es noch besser machen. Sie können ja noch einen konkreten Vorschlag hier anführen. Dann wird sicherlich die Landesregierung den auch prüfen. Vielleicht kann man noch mehr Fachkräfte gewinnen. Wir müssen noch mehr Fachkräfte gewinnen. Aber wenn man sich die Fakten anschaut, vor dem unser Arbeitsmarkt steht, dann haben wir zu wenig Altenpflege. Wir haben zu wenig Erzieher. Wir haben zu wenig Grundschullehrer. Wir haben zu wenig Polizisten. Die Industrie hat zu wenig Facharbeiter. Wenn Sie sich als Antwort auf diese Situation einfach nur sagen, wir müssen Personalstandards erhöhen, wir müssen Personalstandards erhöhen, wie soll das denn funktionieren? Wir müssen auch in der Altenpflege überlegen, wie können wir den Menschen mehr Zeit für die Pflege ermöglichen? Wie können wir Dokumentation automatisieren? Wie können wir die Pflegenden unterstützen, damit sie die körperliche Arbeit besser bewältigen können? Wir müssen versuchen, natürlich auch Zuwanderung zu organisieren, weil wir Arbeitskräfte brauchen. Wir haben ganz viele Aufgaben. Aber noch mehr Regeln und das System stacher zu machen, wird nicht dazu führen, dass wir diese flexiblen Lösungen, die die Familien jetzt vor Ort brauchen, hinbekommen, sondern das sind andere Lösungen, die wir brauchen. Wir müssen von dieser Denkweise der letzten 20 Jahre ein Stück weit wegkommen. Einfach zu sagen, der Gesetzgeber macht jetzt einen Standard, wir erhöhen den Mindestlohn, dann löst sich das Problem. Es wird in Zukunft faktisch so sein, dass wir eine Konkurrenz um Menschen in allen Berufsbildern haben. Dann kann man nicht die einfachen Antworten geben, die man im letzten Jahrhundert gegeben hat. Das geht nicht. Darum glaube ich, dass wir da sehr wohl ein Stück weit stärker auf die Initiativen und die Ideen der Träger bauen müssen. Wir haben hier in Hessen eine große Kritik am Heimgesetz gehabt, dass man wieder zu viel eingeschränkt und flexible Lösungen nicht zugelassen hat. Das wäre ein Kritikpunkt gewesen. Das haben auch die Träger vorgetragen. Da könnte man sicherlich auch mit uns gemeinsam sagen, Herr Minister, da müssen wir ein bisschen mehr Vertrauen in die Träger haben und ein bisschen weniger Unterstellung, dass alle, die in dem Bereich arbeiten, vielleicht Böses haben, überlegen und die Qualität der älteren Menschen, die gepflegt werden wollen oder müssen oder sollen, dass da Menschen mehr weg sind, die immer ganz böse Sachen im Kopf haben. Wir brauchen ein gewisses Vertrauen des Staates auch in die Familien und das Hingucken der Familien, dass das vernünftig organisiert wird. Ich glaube schon – da will ich auch jetzt zum Ende kommen – Ihr Antrag ist ein Antrag, der die Faktenlage ausblendet, die Situation vor Ort in den Familien ausblendet und Antworten gibt, die die Antworten sind, die nicht mehr funktionieren werden. Darum kann ich Sie nur bitten. Sie wissen, dass mir die Sozialpolitik am Herzen liegt. Wir müssen gemeinsam versuchen, hier Lösungen zu finden. Sie können das, was ich sage, aufs Einfachste diskreditieren. Sie können ganz leicht sagen, dem sind die alten Menschen egal, dem ist egal, welche Qualität das ist. Aber wir müssen gemeinsam versuchen, in der Altenpflege, in all diesen sozialen Berufen oder anderen Berufsbildern Möglichkeiten zu bieten, effektiver und besser arbeiten zu können und vor dem Hintergrund, dass nicht unendlich viel mehr Personal zur Verfügung steht, weil es das in Zukunft einfach nicht geben wird. Darum meine Bitte an alle hier Vertretenen, versuchen Sie, sich aus diesen einfachen Lösungen zu lösen, einfach ein Gesetz zu machen, einfach einmal etwas hineinzuschreiben. Vielleicht hoffen wir dann, dass die Heimaufsicht nicht so genau hinguckt oder was man für eine Idee hat, wenn Sie die Platzzahl reduzieren, indem Sie Standards festschreiben, für die es kein Personal gibt. Ist das wirklich die Lösung, die den Menschen, die einen dringenden Platz brauchen, wirklich hilft? Die Frage müssen Sie sich einmal beantworten. Ich glaube schon, dass die meisten Menschen in einer absolut kritischen Situation erkennen werden, ist erst einmal hilfewichtig, dass das System Familie weiterlaufen kann, dass man sich für seine Familienmitglieder einsetzen kann. Ich glaube schon, wenn Sie jemanden zur Einrichtung gehen und sagen, Sie brauchen einen Platz, Sie sagen, ich kann Ihnen leider keinen anbieten, weil die Fachkraftflüsse erhöht worden sind und ich jetzt nur noch die Hälfte der Plätze habe, dann haben Sie den Menschen auch nicht geholfen. Vielen Dank. Vielen Dank. – Als Nächste spricht Kollegin Sommer, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir werden alle älter. Das Krankheitsrisiko steigt und auch die Zahl der Pflegebedürftigen steigt. Analog steigen auch die offenen Stellen von Pflegekräften. In der Altenpflege wurden 2010 bereits 4.900 Altenpflegerinnen und Altenpfleger gesucht. Die Nachfrage ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. In 2015 gab es 12.472 Menschen in der Altenpflege. In der Hochrechnung benötigen wir 2035 19.784 Altenpflegerinnen und Altenpfleger, so der prognostizierte Bedarf des in der vergangenen Woche veröffentlichten hessischen Pflegemonitors. Hessenweit bedeutet das, dass wir einen Erweiterungsbedarf von 7.276 Personen haben. Das sind ganze 58 % Erweiterungsbedarf. Hinzu kommt, Herr Minister Grüttner hat gesagt, es ist mehr, ist es auch. Zusätzlich kommen hinzu diejenigen, die altersbedingt ausscheiden. Das sind dann noch einmal 5.688. Das heißt, noch einmal 46 % drauf. Meine Damen und Herren, das macht deutlich, eine der wichtigsten Herausforderungen in der Zukunft ist es, rechtzeitig Fachkräfte zu gewinnen. Meine Damen und Herren, das ist nicht neu. Deswegen ist es schon 5 nach 12, wenn wir uns diese Prognosen vor Augen führen. Ziel ist, glaube ich, für uns alle eine gute, patientengerechte, aber auch effiziente gesundheitliche Versorgung zu gewährleisten. Dazu braucht es eben gutes Personal. Herr Rock, Sie haben die Anstrengungen schon genannt, aber die reichen eben nicht aus. Wir müssen die Ausbildung forcieren. Wir müssen sie vor allen Dingen attraktiv machen, so wie auch die Rahmenbedingungen. Während an den Krankenpflegeschulen beispielsweise ein Personal- bzw. Betreuungsschlüssel von 1 zu 15 ist, obwohl es da auch Ausnahmegenehmigungen gibt und Pflegepädagogen fehlen, ist es an den alten Pflegeschulen ein bisschen anders. Auf eine halbe Lehrerstelle kommen 30 Auszubildende. Das heißt, ein Pflegelehrer hat eine Kohorte von 60 Schülern, also einen Betreuungsschlüssel von 1 zu 60. Hinzu kommt, dass es zu wenig Pflegepädagogen gibt, und die verdienen auch noch wenig. Hier könnte man also nachsteuern. Vielleicht wäre es endlich Zeit, hier die Rahmenbedingungen zu verbessern, meine Damen und Herren. In der Pressemitteilung zum Hessischen Pflegemonitor gehen Sie, Herr Minister Grüttner, auf die Nachfrage nach Pflegekräften, insbesondere in der Altenpflege, ein, und auch, dass die Nachfrage schneller steige als die Absolventenzahlen und dass die Anstrengungen im Ausbildungsbereich nicht mithalten könne. Ja, das ist so. Deswegen müssen wir hier auf jeden Fall mehr tun. Aber Sie schreiben dann auch gleichzeitig in Ihrem Antrag, den wir jetzt noch vorgelegt bekommen haben, aber auch auf die Große Anfrage zur Gesundheitsversorgung der SPD, dass Sie erst einmal keine Maßnahmen ergreifen können. Dies sei primäre Aufgabe der Arbeitgeber, mitverantwortlich sein Jobcenter und Arbeitsverwaltung. Sie tragen die Verantwortung, indem Sie staatlich anerkannte Altenpflegeschulen subventionieren und sagen, Sie haben die Schulgeldpauschale erhöht. Meine Damen und Herren, leider ist das zu wenig. Die Schulgeldpauschale ist immer noch nicht auskömmlich und löst auch den Fachkräftemangel nicht. Der Antrag der LINKEN fordert neben dem Mindestpflegelohn, der aufgestockt werden soll, die Verbesserung der Ausstattung von Ausbildungen, aber auch von deren Attraktivität eine Verbesserung der Personalbemessung. Für die SPD-Landtagsfraktion sind Mindestpersonalstandards schon immer als definierter Personalschlüssel wichtig, um eine gute Pflege auszuüben, aber auch, um Überforderungen und vor allen Dingen Verstöße zu vermeiden. Ich glaube, die Berichterstattung in RTL hat bei einem Altenheim gezeigt, dass es diese Verstöße gibt. Diese müssen frühzeitig erkannt und entsprechend sanktioniert werden. Sicher ist aber, dass ganz viele Altenpflegerinnen und Altenpfleger gute Arbeit leisten. Deswegen auch von meiner Seite aus noch einmal herzlichen Dank an alle diejenigen, die diese wertvolle Arbeit leisten. Nicht wegzudiskutieren ist aber, dass das Leistungsspektrum in den Gesundheitseinrichtungen gestiegen ist. Aber das Personal ist eben nicht mit erweitert worden. Kranken- und Altenpfleger beklagen Personalmangel, Überlastung, schlechte Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlung. Da geht es darum, zu schauen, wie man da Abhilfe schaffen kann. Meine Damen und Herren, es braucht Gesetze, die Pflegefachkräfte vor dauerhafter Überlastung, vor Unfällen und Berufskrankheiten schützen. So fordert es die Praxis. Wir brauchen vor allen Dingen verbesserte Arbeitsbedingungen und die Reduzierung des bürokratischen Aufwands in der Pflege, also Entlastung, damit endlich mehr Zeit für die Menschen bleibt, die gepflegt und betreut werden. Wir stellen Ihnen gerne erneut unsere Ideen vor, vom Mindestpersonalstandard bis hin zu praxisnahen Entlastungsmöglichkeiten. Aber ich glaube, wir brauchen in Zukunft auch neue Ideen zur Bewältigung, wie es beispielsweise Schweden vormacht, die ganz anders mit ihren alten Menschen umgehen. Das finde ich beispielhaft. Vielleicht könnten wir uns das einfach im Ausschuss einmal gemeinsam anschauen. Aber, meine Damen und Herren, angesichts der Herausforderungen, die sich schon heute und in naher Zukunft zeigt, möchte ich Sie bitten. Vielleicht könnten Sie ja das Pflegereferat originär besetzen. Ich weiß, Herr Minister Grüttner, das ist jetzt in das Referat Krankenhaus subsumiert. Aber gerade in der heutigen Zeit und mit den vielfältigen Problemstellungen im Bereich der Pflege wie Fachkräftemangel, fehlende Lehrpersonen oder auch die großen Unterschiede in der Qualität, Finanzierung und Ausstattung von Schulen machen eigentlich eine pflegerische Expertise unerlässlich. Deswegen würde ich mir ein originäres Pflegereferat wünschen. Dem Thema Pflege muss vor dem Hintergrund des demografischen Wandels auf jeden Fall ein höherer Stellenwert eingeräumt werden. Ich glaube, das macht der heutige Setzpunkt auch deutlich. Meine Damen und Herren, lassen wir uns gemeinsam Verantwortung übernehmen, indem wir uns darum kümmern, dass die Attraktivität des Berufs steigt, auch die des Pflegepädagogen, dass die Bekanntheit der Ausbildung verbessert wird, dass die Qualität, die Rahmenbedingungen in der Ausbildung und im Berufsfeld optimiert wird, dass verlässliche Mindestpersonalstandards eingeführt werden und Maßnahmen zur Entlastung noch stärker etabliert und umgesetzt werden. Es wäre sicherlich an der Zeit. Ich habe schon gesagt, es ist nicht fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf. Wir müssen handeln, damit wir für die Prognosen vom Pflegemonitor für 2035 vorbereitet sind. Zum Abschluss möchte ich mir aber nicht nehmen lassen, noch etwas über den Beruf an sich zu sagen. Denn das ist ein schöner Beruf. Die Altenpflege hat eine gesicherte Zukunft. Ich habe eben schon gesagt, die Lebenserwartung steigt. Immer mehr ältere Menschen brauchen professionelle Hilfe. Es gibt tolle Einstiegs- und Aufstiegschancen. Darüber haben wir auch letztes Mal in der Plenardebatte analog zum Thema Krankenpflegehilfe gesprochen. Ich möchte mit einem Zitat schließen. Zitat anfangen. Ich bin eine von denen, die man bemitleiden muss. Wenn ich auf einer Party nach meinem Beruf gefragt werde, höre ich fast immer die gleiche Reaktion. Oh! Kein erstauntes, nein, so ein gedämpftes Betroffenheits-Oh! Der Blick fragt dazu, wie du bloß nur gelandet bist. Danke für die Anteilsnahme. Es ist nur so, ich kann mir keinen schöneren Buch vorstellen, auch wenn er manchmal anstrengend ist. Aber das ist er vor allem, weil uns die Menschen fehlen, die sich für diese Arbeit entscheiden, weil sie ein falsches Bild von ihr haben. Je weniger Altenpfleger, desto schlechter die Arbeitsbedingungen. Je schlechter die Arbeitsbedingungen, desto weniger Menschen wollen Altenpfleger werden. Ein Teufelskreis. Dabei bin ich mir sicher, dass viele Menschen da draußen nicht wissen, wie gut sie sich dafür eignen und wie viel glücklicher sie werden als in den Berufen, die sie jeden Tag ausüben müssen. In vielen schlummert ein Altenpfleger. Wir schreiben also die offenen Stellen aus, und es bewirbt sich keiner. Ich will kein Mitleid für meinen Beruf. Ich will, dass die Leute sagen, vielleicht wäre das auch etwas für mich. Ich kann nur sagen, das wäre es nicht nur aus Mitgefühl für andere Menschen, sondern auch aus Eigennutz. Ich gebe viel und kriege viel. Selbstbewusst sagt Susanne Sachs, ich bin Altenpflegerin, der schönste Beruf der Welt. Herzlichen Dank. Vielen Dank. – Als Nächste spricht Kollegin Klaff-Isselmann, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wenn Menschen älter werden, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie körperlich und oder geistig nicht mehr in der Lage sind, sich um sich selbst zu kümmern. Pflege rückt in den Fokus der Betroffenen. Fürsorge in der Pflege erfährt die zu pflegende Person vornehmlich in den eigenen vier Wänden, vor allem ausgeführt durch nahe Angehörige. Wärme und Geborgenheit gepaart mit hohen Anforderungen an die Qualität der Pflege beschreiben den Anspruch auch in der häuslichen Pflege. Veränderte Familienstrukturen und zunehmende Erwerbstätigkeit begründen den Bedarf an professionellen ambulanten Pflegekräften. An dieser Stelle möchte ich allen Pflegerinnen und Pflegern für ihren unermüdlichen Einsatz danken. Ebenso dankbar sind wir den Familien, die selbstlos ihre Angehörigen zu Hause pflegen. Das ist nicht immer einfach. Doch es ist ein starkes Zeichen von Verantwortung. Wir von der CDU lassen weder die Pflegefachkräfte noch die Familien alleine. Auch wenn es das ist, was DIE LINKE versucht zu suggerieren. Sie tun so, als wäre noch nie etwas Gescheites in der Pflege geschehen und als ginge die Landesregierung verantwortungslos mit dem Schicksal älterer Menschen um. Das Gegenteil ist aber der Fall. Betroffenen steht ein umfangreiches Netzwerk an Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung. Wir reden hier nicht zum ersten Mal über dieses Thema. Aber offensichtlich sind Sie nicht in der Lage und Willens, die in Hessen vorhandenen guten Strukturen zu würdigen. Ginge es nach der LINKEN, sollte es wohl gar keinen freien Markt geben, der sich im durch die Politik vorgegebenen Rahmen entwickelt. Sie sehen das heil ausschließlich in staatlichen Regulierungsmaßnahmen. Das hat doch früher im Osten schon nicht funktioniert, und das ist auch vielfach belegt. Wir sagen ganz klar Nein zu einer politischen oder staatlichen Bevormundung, Nein zur Entmündigung von Trägern, sozialen Einrichtungen sowie Familien. Wir sagen Ja zu Eigenverantwortung und sozialer Marktwirtschaft, unterstützt durch das Setzen politischer Rahmenbedingungen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Sie fragen, sollten und müssen Pflegekräfte für ihre harte Arbeit mehr verdienen und somit die Anerkennung erhalten, die ihnen gebührt. Aber ja, selbstverständlich. Aber das ist auch Sache der Tarifpartner. Ich wiederhole, soziale Marktwirtschaft, nicht Planwirtschaft. Arbeitgeber und Arbeitnehmervertreter legen die Löhne fest, nicht die Politik. Kommen wir wieder zu den Errungenschaften zurück, die die CDU für ältere Menschen geschaffen hat und für die sie verantwortlich zeichnet. Es war die CDU, die 1995 in Deutschland die Pflegeversicherung eingeführt hat. Auch hat die CDU drei Pflegestärkungsgesetze auf den Weg gebracht. Gerade auch im Bereich der ambulanten Pflege ist hier sehr viel geschehen. Das haben Sie offensichtlich verdrängt oder vergessen. Ich erinnere Sie gerne an die Konzeption der sogenannten niederschwelligen Betreuungsleistungen, erweitert durch die niederschwelligen Entlastungsangebote im ersten Pflegestärkungsgesetz. Wir haben den Betreibern von Pflegediensten günstige Rahmenbedingungen geschaffen. Das wirkt sich positiv auf die Dienstleister und die zu Pflegenden aus. Zurzeit ist zudem eine Verordnung über die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag in Arbeit. Es geht nicht darum, dass sich alle Unterstützung nur auf die Pflegeheime konzentriert. Familien entlasten die Pflegekräfte erheblich. Daher entlasten und unterstützen wir die Familien und natürlich auch die Pflegeeinrichtungen. Es ist absurd, so zu tun, als geschehe nichts. Nehmen Sie wahr, dass sich Positives entwickelt, und torpedieren Sie die Arbeit der Landesregierung nicht durch permanente politisch intendierte Panikmache sowie die Desinformation der Bevölkerung erheblich. Den Pflegevorsorgefonds, der eingerichtet wurde, um die zu erwartenden Pflegeleistungen für die geburtenstarken Jahrgänge abzusichern und um Beitragserhöhungen abzumildern, haben Sie offensichtlich auch nicht auf dem Schirm. Oder reden wir doch einmal über die neu eingeführten fünf Pflegegrade. Diese lassen viel detailliertere Betrachtungen des zu Pflegenden und höhere Geldzuweisungen zu, als dies früher der Fall war. Das kommt Pflegenden und zu Pflegenden zugute. Die Versorgungsstruktur wurde auch verbessert. Etwas, worauf Sie gar nicht erst eingehen, ist das dritte Pflegestärkungsgesetz, durch das die Versorgungsstruktur verbessert und die Rolle der Kommunen gestärkt werden soll. Ziel ist die ganzheitliche Betrachtung eines Sozialraums, nicht allein der Blick auf die konkrete Pflegebedürftigkeit, um so eine schnelle und unkomplizierte Beratung für Betroffene zu ermöglichen. Die in dem Gesetz vorgesehenen Pflegestützpunkte wurden in Hessen auf Initiative der Landesregierung bereits 2009 eingerichtet und haben sich bereits bestens bewährt, also gut acht Jahre vor dem Dritten Pflegestärkungsgesetz. Wir sind stolz darauf, dass wir dies dezentral umgesetzt haben. Die Menschen in diesem Land profitieren somit von kurzen Wegen und erhalten die bestmögliche Beratung. Was ich besonders hervorheben möchte, ist die neue, generalistisch ausgerichtete Ausbildung der Pflegeberufe. Auszubildende erhalten zwei Jahre lang eine allgemeine und gleiche Ausbildung, um gemeinsame Grundvoraussetzungen zu schaffen. Im dritten Jahr erfolgt dann erst auf Wunsch eine Spezialisierung. Ebenso wird die Pflegehelferausbildung auf die Ausbildung zur Pflegefachkraft anerkannt. Zu dem, was in Hessen noch darüber hinaus konkret umgesetzt wurde, ist Folgendes zu sagen. Mit der Novellierung des Hessischen Gesetzes über Betreuungs- und Pflegeleistungen haben wir uns dafür stark gemacht, dass nun verstärkt die Möglichkeit eröffnet wird, betreut in kleinen Gruppen zu wohnen. Selbstverständlich stehen auch hier die Qualität der Pflege und Maßnahmen der Gewaltprävention im Vordergrund. Durch die Zusammenarbeit mit dem Bildungswerk der hessischen Wirtschaft, der AOK und anderen wurde die Seniorenpolitische Initiative Beruf und Pflege vereinbaren, die hessische Initiative, ins Leben gerufen, um pflegende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen und zu halten. Immer mehr Unternehmen und Organisationen nehmen teil. Inzwischen sind es 134. In der hessischen Pflegefachstelle für Wohnberatung bei der Arbeiterwohlfahrt Hessen Nord, welche durch die Landesregierung gefördert wird, erhalten Bürgerinnen und Bürger Informationen zum altersgerechten Wohnen. Dort erfahren sie, wie sie den Wohnraum an die Bedürfnisse des Alters anpassen können und welche Förderungsmöglichkeiten es gibt. Damit soll dem Wunsch vieler älterer Menschen entsprochen werden, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu bleiben. Es wurde in mehreren Sprachen die Broschüre Pflegebedürftig. Was ist zu tun? herausgegeben, die alle Angehörigen umfassend informiert und schnell Antworten auf drängende Fragen gibt. Betonen möchte ich zudem die jährliche Verleihung der Pflegemedaille, mit der das Land Hessen pflegende Angehörige auszeichnet, auf deren selbstlosen Einsatz aufmerksam machen will. Besonders wichtig ist es mir, auf Maßnahmen einzugehen, die sich mit dem Mangel an Pflegekräften beschäftigt. Es ist ein bundesweites Problem, dem sich Bund, Länder, Kommunen und Pflegeeinrichtungen besonders intensiv widmen. Primär ist die Pflegekräftesicherung Aufgabe der Arbeitgeber. Mit Verantwortung tragen die Arbeitsverwaltung und Jobcenter sowie das Land Hessen. Hessen deckt die Finanzierung der staatlich anerkannten Altenpflegeschulen, sodass die Ausbildung kostenfrei sichergestellt ist. Hinzu kommt, dass wir in Hessen 2012 als Beitrag zur Fachkräftesicherung die Obergrenze finanzierter Schulplätze abgeschafft haben und zudem 2016 die Schulgeldpauschale erhöht haben. Diese Maßnahmen führten dazu, dass die Zahl der Altenpflegeschüler stetig steigt und derzeit einen Rekordstand von über 5.350 erreicht hat. Zudem begleiten mehrere Modellprojekte zur Gewinnung neuer Zielgruppen die Erhöhung der Auszubildendenzahl, wie z.B. die Altenpflegeausbildung für junge Männer mit Migrationshintergrund. Gerade hier zeigt sich, wie wichtig Integration ist und diese gerade durch Einbindung in den Arbeitsmarkt gelingen kann. Abschließend möchte ich auf den Hessischen Pflegemonitor hinweisen. Es ist ein bundesweit einzigartiges Instrument, um wissenschaftlich fundierte Arbeitsmarktdaten zu liefern. Durch die kürzlich online gestellten Regionaldossiers stehen den regionalen Ausbildungs- und Arbeitsmarktakteuren zuverlässige Daten für alle Landkreise und kreisfreien Städte in Hessen zur Verfügung. Frau Kollegin und Kollegen, kommen Sie bitte zum Schluss. Ich bin gleich fertig. Ein tolles Angebot ermöglicht durch die von CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN geführte Landesregierung. Unser Ziel lautet nach wie vor, eine qualitativ hochwertige Pflege bei quantitativ ausreichend gut ausgebildetem Pflegepersonal zum Wohle älterer Menschen. Herzlichen Dank. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN sowie der Abg. Janine Wissler und der Abg. Janine Wissler Vielen Dank.